Moin Leute, wir spielen heute Ticho-Mapped, ist eine Mens-Mapped und hier sind ganz viele Tote. Ja, wie in der Boss-Welt. Ich glaube, er hier Kopf hat. Wenn er meint, dass es ruhig ist. Ich weiß nicht, wie ich ihn dir. Okay, wir gucken mal hier oben. Hier ist noch eine Wäsche. Bam. Und... Wir liegen auch total Tote. Weil er blutlos. Wir kommen jetzt weiter runter. Huuu! Okay, Alter, ist doch groß. Alter, übertreib einfach. Wisst ihr, was der Dach in der Hand hat? Einen Raketenwerfer hat denn da? Okay. Wir machen jetzt alles hier kaputt. Ich müsste nur erkunden, was die weitere Roblox-Mapped 2 ist. Also, Roblox-Mapped 2 ist rausgekommen. Und das ist auch die Map... Hier. Ticho-Mapped ist Roblox-Mapped 2. Ihr habt hier auch Waffen, wie bei T-Down, alles klar ist, aber es ist Roblox-Mapped 2. Okay. Wir müssten Ticho-Mapped mal angucken, schon weiß, wie es ist. Und wir können auch schaffen. Nimm! Das ist was Neues. Ach, ne, ist das hier im Dach. Lass mich hier raus! Ich ist scheiß... ...dunke mich. Okay. Wir gehen wieder raus. Okay, was, wenn es das jetzt abballert? Wird es dann riechen, Hata? Ach, du Scheiße! Guck! Alter, was war das? Aber ich bin gestorben! Deshalb habe ich es gerade nicht geschehen. Hey, kommt der Hilfe oder was? Das ist mir noch ein bisschen. Hier kommt ein fettes Geschiss... ...und ist warm. Ach, die wollen nicht... ...die Ballern. Okay, guck, guck! Bam! Bam! Nein, das war ein Auto! Es wird damit doch fahren! Oh mein... Es brennt! Hilfe! Ach, ne, das Scheiß-Auto kann ich nicht mehr fahren! Äh... Brenn's jetzt! Brenn's jetzt! Oh Gott! Ihhi! Ihhi! Wie... Wie können wir Schatten nehmen und wenn... Bam! Und es gibt Waffen, die... ...haben... ...hat... Oh mein... Oh mein... Okay... ...ja... Es ist ein Läscherschwert! Wie geil! Kann ich das auch abballern? Ja, ich kann es auch... ...abballern. In Roblox 1 gab es doch kein Lächerschwert und keine Waffe. Boah! Was ist das? Was hab ich da kaputtge- Ah. Bam! Ohohoho! Und hier. Oh mein! Das ist neu. Okay. Äh. Oh. 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 Ok, wir machen nix. Leute, also mit Nacht gucken wir uns noch die Heucher an. Aber nur noch die Heucher in Roblox 2 anschauen, dann ist Tag 6 letzte Folge 2. Warum ist das hier schon tief? Und noch eine Frage, warum bin ich so mega klein? Ja, damit ich mich bücken kann. Ok, Roblox weiß n bisschen besser. Das war's mit der Folge, wenn es euch gefallen hat. Lass mal aber drauf rein. Ich glaube, wenn der Top-Dom ist... Pfff! ... ... ... ... ... ...